Hallo, ich wollte euch zeigen, wie man auf ein Snowboard drauf kommt. Also ihr nehmt euch ein Board mit Grip Tape, so eins zum Beispiel, ich hab ein ganz altes, hab ich jetzt schon ein bisschen benutzt, deswegen ist hier unten schön dratt, mit dem Eis und so, weil sie fallen auf Schnee, wenn es kalt ist, dann wird es dann flach. Okay, und zwar müsst ihr anlaufen und dann müsst ihr das so wie beim Skateboard fahren in die Hand nehmen und während ihr loslasst mit dem vorderen Bein einfach drauf und mit dem hinteren nachziehen. Okay? Ja? Habt ihr das alle verstanden? Gut! Wenn ihr das dann könnt, dann kann man das auch variieren mit einem Sprung drinnen. Leider wird man danach nicht so schnell, also anstatt so machen, macht ihr dann einfach einen Sprung mit dem hinteren Fuß. Fuß. So in etwa. Den Sprung nennt man dann Caveman, das ist Englisch und bedeutet Höhlenmensch. Pferd, na, pferd, na! Abstand. Abstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017